Hallo zum neuen Video. Heute geht es mal wieder um Licht in der Werkstatt bzw. bei der Arbeit. Es geht um eine Akkuklappleuchte, die einiges an Innovation hier verspricht. Sowas habt ihr wahrscheinlich auch noch nicht gesehen. Mir ging es zumindest so. Das Ganze kommt vom Parkside. Gibt es logischerweise bei Lidl und alles, was du dazu wissen musst, erfährst du direkt nach dem Intro. Ja, Arbeitsleuchten ist immer wieder ein ganz spezielles und beliebtes Thema hier bei mir auf dem Kanal. Irgendwie interessiert sich sicherlich jeder mal für irgendwelche Akkuleuchten. Irgendwo müssen wir immer mal Licht hinbringen in irgendeine Schublade, in den Motorraum oder wo wir auch immer rumbasteln wollen. Dazu gibt es natürlich unterschiedliche Formen, unterschiedliche Helligkeiten etc. und unterschiedliche Größen und was weiß ich alles. Magnetisch, nicht magnetisch, beweglich, flexibel mit verschiedenen Auflademöglichkeiten und 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 teilweise mit Powerbank. Hier haben wir diesmal eine Leuchte, die mit einem Doppelgelenk aufwartet und mit einem großen COB-Modul. COB hatte ich euch schon mal erklärt. Das sind diese Module, die dann in einem Chip, also als ein Chip gefertigt werden. Dadurch ermöglicht sich das Ganze dann, dass wir das Ganze in eine gewisse Form bringen und das Ganze als ein Element erscheint. Bei normalen LED-Dots ist es so, dass wir da so einzelne Punkte drauf haben und die dann vielleicht nicht als einzelne Lichtquelle wahrgenommen werden. Deswegen macht man das heute in COB-Technik, was auch grundsätzlich etwas günstiger für den Hersteller ist. Kosten tut das Ganze etwa 10 Euro. Ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr dann euch auch den tagesaktuellen Preis abrufen. Wenn mal sowas vergriffen sein sollte und ihr sowas unbedingt haben wolltet, empfehle ich euch, macht euch eine Playlist. Setzt das Video hier mit drauf und dann guckt ihr ab und zu mal diese Playlist durch. Und dann werdet ihr nochmal gucken, ob es das in der Zwischenzeit wieder gibt. Ansonsten könnt ihr natürlich auch irgendwie mal in der Bucht gucken und das vielleicht teuer ersteigern. Aber ich denke mal, das ist bei solchen Sachen hier eigentlich nicht notwendig. Wir haben eine Stabarbeitsleuchte mit Doppelgelenk. Die ist zusätzlich auch noch dimmbar. Wir haben einen 3,7 Volt Lithium-Ionen-Akku verbaut, welcher 2 Amperestunden an Leistung bringt. Der Lichtstrom beträgt hier etwa 600 Lumen. Wir können das Ganze, wie gesagt, auch noch abdimmen. Dann ist es natürlich etwas dunkler. Die Farbtemperatur beträgt 6500 Kelvin. Und vom Gewicht her kann man sagen, das Ganze wiegt etwa 200 Gramm. Also ist auch sehr, sehr leicht. Die maximale Ausgangsleistung der LED beträgt etwa 7 Watt. Und wenn wir das Ganze laden wollen, brauchen wir hier natürlich noch ein Ladekabel bzw. ein Netzteil. Ein Ladekabel ist gleich dabei. Das Ganze ist im USB-C-Design auf USB-A. Das heißt, ihr könnt das am Computer laden oder bereits mit einem vorhandenen Stecker dann natürlich auch wieder aufladen. Der sollte dann 5 Volt bei ungefähr 1 Ampere haben. Ansonsten verlinke ich euch unten nochmal was Passendes dazu. Wer sowas noch nicht hat oder das gerne komplett haben möchte, der muss sich das dann eben noch mit dazukaufen. Das Ladekabel selbst ist 90 Zentimeter lang. Könnt ihr euch überlegen, ob ihr das bei euch am Computer noch anschließen könnt oder ob ihr da vielleicht auch etwas Längeres braucht. Ich packe das Ganze mal aus und wir gucken uns das mal etwas genauer an. Das Ganze kommt natürlich hier aus so einem Blister. Das finde ich natürlich wieder nicht so schön. Schöner fände ich das, wenn das irgendwie in einem Pappkarton wäre, wo man das dann hinterher auch wieder drin verstauen kann. So, dann gucken wir uns die Leuchte dann gleich mal an. Man sagt ja nicht Lampe, man sagt ja Leuchte. Wir haben hier ein Beweglisgelenk. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, das Ganze magnetisch auch irgendwo zu befestigen. Das ist so ein kleiner Neodymagnet, der hier noch dran ist. Wir werden das gleich mal an meiner Werkstatttür hier ausruhieren. Die ist nämlich aus Metall. Wir haben auch hier die Möglichkeit, noch so einen kleinen Bügel oder so eine kleine Halterung dann abzuklappen. Dann können wir das Ganze dann auch irgendwo noch hinhängen, je nachdem, wo wir das dann wie gesagt haben wollen. Ich denke mal für den Motorraum, für eine Motorhaube ist das auch ausreichend. Wie gesagt, das werden wir gleich alles mal ausprobieren. Die grüne Fläche ist hier komplett gummiert. Die ist an beiden Seiten nochmal vorhanden, so dass wir das dann auch prima in der Hand halten können, wenn wir es natürlich ausgeklappt haben. Was ein bisschen schade ist hier, dass dieser Aufkleber hier so ein bisschen locker ist. Der macht sich dann nicht so gut. Wir haben hier die Möglichkeit, das Ganze anzudrehen. Und wir haben hier tatsächlich eine richtige Dimmfunktion, wenn ihr das seht. Das ist also wirklich auch eine volle Innovation, dass wir hier bei Arbeitsleuchten das Ganze stufenlos dimmen können. Das ist mal wirklich innovativ. Und ihr seht hier oben drauf, wie voll der Akku noch geladen ist. Das sehen wir hier natürlich auch gleich prima. Und mit dem Drehschalter könnt ihr das, wie gesagt, dann auch gleich noch auf Ausstellen. An der Seite haben wir hier nochmal Spritzwasserschutz dran für unseren USB-Anschluss zum Laden. Das Ganze ist hier, wie gesagt, abgedeckt. Und ihr seht hier oben an der Oberseite haben wir das Gelenk dran, ein Doppelgelenk. Und das ist auch schon der Trick dabei, so dass wir hier wirklich in alle möglichen Positionen das Ganze bringen können, wie ihr seht. Wir können es aber nicht ganz aufklappen, das funktioniert also nicht. Und wir können es auch nicht so nochmal abdrehen. Dann müssen wir die Leuchte selbst in der Hand drehen. Wenn wir das Ganze natürlich hier unten auf diesem Magnetfuß drauf haben, dann können wir es natürlich in sämtliche Positionen auch drehen. Denn das ist hier so ein kleines Kugelgelenk, was hier drin ist. Ich denke, das kann man hier ganz gut erkennen. Wir können das Ganze natürlich auch abnehmen. Wenn wir das aus irgendeinem Grund nicht dran haben wollen, können wir das hier mit dieser Schraube auch abnehmen. Und wir können das mit dieser Schraube auch einigermaßen stramm oder fest dann auch festziehen. Dann bleibt das hier an dieser Position. Wenn wir das Ganze hier so ein bisschen lockern, dann können wir diese Kugel hier auch leichter bewegen. LED-Modul sieht hier oben wie folgt aus. Das Ganze wirkt hier so ein bisschen wie Metall. Ich weiß gar nicht, ob das Metall ist. Vielleicht ist das sogar aus Alu. Hier unten ist auf jeden Fall alles aus Plastik. Aber das hier fühlt sich kalt an. Das wird wahrscheinlich Metall sein. Wir können ja nochmal gucken, wenn wir das hier einmal aufdrehen, wie sich das dann darstellt. Ich habe euch gerade auch etwas Falsches erklärt. Man kann das tatsächlich hier auch nochmal drehen. Das ist mir jetzt beim ersten Mal gar nicht so aufgefallen. Also ihr könnt die einmal in alle möglichen Positionen klappen. Und dann könnt ihr das hier mit dem Griff sogar oben nochmal drehen. Leider nicht rund, sondern hier bleibt er dann hängen. Und dann müssen wir das Ganze wieder zurückdrehen. Aber ich denke mal, ihr seht jetzt, was ich damit meine. Und wir haben dann wirklich die Möglichkeit, das in aller möglichen Positionen dann auch zu bringen. Ich mache mal das Licht aus. Wir gucken mal, wie hell das Ganze ist. So, es ist jetzt noch nicht ganz dunkel, aber ich denke, ihr könnt das hier erahnen. Ich werde jetzt das Ganze nochmal in Betrieb nehmen. Erstmal auf niedrigster Stufe. So, das ist die niedrigste Stufe. Jetzt fahre ich das mal langsam hoch. Ich bin jetzt hier ungefähr, wenn ihr von der Wand ausgeht, ungefähr 60 Zentimeter von der Wand weg. Und ihr seht schon, die Kamera regelt nach. Das kann man einfach gar nicht so gut rüberbringen bei YouTube, wie man das eigentlich gerne möchte. Aber ich denke mal, es wird klar, dass das schon wirklich recht hell ist. 600 Lumen ist auch schon eine Hausnummer. Wenn ich jetzt mich einen Meter von meiner Werkzeugwand wegbewege, dann kann ich vom Lichtkegel hier sagen, je nachdem, wie ich die halte, ob ich die natürlich so senkrecht nach oben halte oder ob ich die natürlich horizontal halte. Kommt es dann drauf an. Wenn ich die horizontal halte, haben wir ungefähr einen Lichtkegel von 2 Meter von oben nach unten und etwa 4, 4 Meter 50 vielleicht von links nach rechts. Wenn ich das Ding dann natürlich senkrecht nach oben stelle, dann ist es genau andersrum. Dann habe ich natürlich einen höheren Lichtkegel, der dann nicht so breit gefächert ist. Ich kann euch das nochmal zeigen, wie das aussieht, wenn wir hier die so in Betrieb nehmen. So, die wird dann hell. Wie gesagt, die Kamera regelt den ISO-Wert dann natürlich an und das kann man dann nicht so gut rüberbringen. Aber es ist schon ein deutlicher Leistungsunterschied, den ich hier mit dem Rad auch generieren kann. Teilweise wird das sicherlich zum Gassi gehen, wird das auf niedrigster Stufe auch ausreichen. Sonst leuchtet ihr vielleicht wie eine Leuchtboje. Das will man vielleicht auch nicht unbedingt. Also für mich auf jeden Fall eine innovative Lampe. Ich mache erst mal das Licht wieder an. Jetzt wollten wir das Ganze natürlich hier noch an der Tür probieren, wie das aussieht. Wie sich das dann darstellt, ob das alles hält. Hier haben wir den Magneten. Wenn ich das Ganze dann natürlich hier bewege, irgendwann fällt das ab. Ich probiere das erstmal hier, das Kugelgelenk richtig festzukriegen. So, und dann ist die fest. Wenn ich natürlich hier an der Außenstelle dann ein bisschen wackelt, dann kippt das natürlich ab. Also ich kann sie dann dennoch einfach entnehmen. Aber ihr hört das vielleicht schon, wie satt das Ganze hier einrastet. Also da ist ordentlich Zug drauf. Wenn ihr das irgendwo im Motorraum irgendwie anklickt oder so, dann würde ich mir da keinen großen Kopf machen. Ist natürlich vielleicht nicht unbedingt die Lampe für den Motorraum, weil die dann natürlich so ein bisschen hier rausragt. Da macht dann vielleicht ein LED-Dot mehr Sinn. Gibt es natürlich auch alles. Ich kann euch unten in der Videobeschreibung noch ein paar andere Videos verlinken, was ich hier noch zum Thema LED-Leuchten gemacht habe. Es gibt auch eine extra Playlist dafür. Schaut mal die Playlisten durch. Da ist das eigentlich alles ganz gut geordnet. Ich kann nochmal die Gesamtlänge hier geben. Das sind etwa 21 cm. Und wenn wir den Magnetfuß dann weglassen, dann sind wir etwa bei 19 cm. Die LED-Fläche, die hier verbaut ist, ist etwa 10,5 mal ungefähr 1 cm, was die gelbe Fläche hier ausmacht. Und der gesamte obere Teil bis hier zum Knickgelenk ist etwa 16 cm mal 2 cm mal knapp 1 cm. Ihr seht das selbst. So sieht das Ganze dann aus. Und von der Kompaktheit her kann man dann sagen, das überschreitet 5 cm an sich so nicht. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr zu dieser Leuchte hier denkt. Ob euch die gefällt, ob ihr sowas schon mal gesehen habt. Ob ihr sowas nutzen würdet und für was ihr sowas vor allen Dingen auch nutzen würdet. Das ist natürlich auch immer interessant für die Community. Wenn man da so ein paar Anwendungsbeispiele auch hat, dann macht das natürlich etwas mehr Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn es euch unterhalten hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen. So verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder zuschaltet und sage bis dahin. Bis zum nächsten Mal.